Guten Morgen! Wollte mal was anderes? Heute gehen wir mal nach Hamburg. Machen unsere Straßfotografie bzw. Streetfotografie. Was heißt, dass wir noch drei Stunden mit dem Zug fahren? Aber, naja, egal. Ich kann es ja umsonst mit meinem Semesterticket. Da hab ich mir gedacht, komm, wollte mal was anderes. Aber ich lasse mir jetzt erstmal den Zug und fahre. Wir sehen uns, drei Stunden. Hier, das ist... Ich brauche es nicht zu gucken. 206 von Basel, SBB. Anrund. Guck dir ganz geil sein. Oh, da ist ein Verkauf. Das ist eine ganze Studie. Ich brauche es nicht zu tun. Ja, ich brauche es nicht zu tun. Ich bin jetzt hier. Häschen, gut schau. Oh mein. Mal schauen! Mal schauen! We can get something! Das Auto? Oh ja! Oh! Was ist jetzt aus, wenn das Bett schwebt? Schwebendes Bett! Naja, zum Meckern. Jetzt mit der Tasse sieht ganz nice aus. Ja, was ist denn jetzt? Hä? Starr! Um Gottes Willen! Machen wir die Spiegelung so. Machen wir die Spiegelung! Oh, fein! Schauen wir mal! Schauen wir mal! Er kommt, er kommt, er kommt! Schauen wir mal! Schauen wir mal! Schauen wir mal! Jawoll! Perfekt! Oh, langt gut! Ja! Schauen wir mal! Er hat eine Karte! Schauen wir mal. Schnellereinander! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und rein!